Willkommen zurück bei Total War Warhammer. Und hier steigt die Party bei Fort Ostrost. Hier sieht man meine Armee, die ich hier schon lange stehen habe und die Stadt belagert. Die brennt auch schon ordentlich. Dann haben wir hier ein paar Skälinge, die irgendwie auch mit Stress machen wollen. Ein einsamer Agent von Kislev, der versucht hier das Möglichste, um die Region noch zu verteidigen. Immerhin schon Level 3 und in der Rebellenarmee. Solange er sich nicht mit mir beschäftigt, sonst habe ich mit den Rebellen. Das ist mir jetzt auch ganz lieb. Die belagern weiter die Stadt. Und die Armeen erleiden jetzt schon verschleißt, glaube ich, ab nächste Runde. Gucken wir mal, wie es aussieht. Im Moment haben sie ja noch volle Mannstärke. So schlimm kann es also noch nicht sein. In fünf Runden gibt die Stadt automatisch auf. So, alles mal voll klatschen. Belagerung aufrechterhalten. Läuft. Ähm, so. Falsch gedreht. Jetzt komme ich durcheinander, wenn der Winkel falsch ist. Die Kaser Mordkin macht hier Stress. Und er kann ruhig noch ein bisschen nach Norden wandern. Ne, hä? Schau mal. Warum kann er denn sich nicht mehr bewegen? Habe ich mit ihm schon was gemacht. Ganz offensichtlich. Haben wir eine feindliche Armee. Ja, dann passt das eh so ganz gut. Ah, ich habe noch Fähigkeitenpunkte bekommen. Dann verteilen wir die ja noch. Durch ihre Aktionen haben sie sich Levelaufstiege verdient. Ihn möchte ich ja eher in die Armee mit aufnehmen. Was kann der eigentlich hier später? Gespür für Magie. Wenn deine Armee jetzt Auskunst schafften. Steigert die Chance auf magische Gegenstände. Reduziert Bewegungsreichweiten der Zielarmee auf der Kampagne. Gebäude beschädigen. Energiereserve der Winde der Magie um minus 2 geändert. Das sind also aktives einzigem Bust. Zapp. Kann er das Ziel töten. Aber ich will mit ihm eher eigentlich eher Sachen casten. Verstärken. Er soll das halt lernen. Sicherlich gut. Ich nutze die Sachen manchmal viel zu langsam im Kampf. Aber theoretisch kann ich sie ja nutzen. So. Dann hier Muster noch erhöhen. Und dann muss ich ihn wirklich dann in die gleiche Provinz schicken. Wenn ich dann Leute rekrutiere, wird sie gleich mehr Erfahrungspunkte haben. Und dann war es das schon. Kieslev wandert hier hinter meinen Leuten her. Was macht denn der da? Ich werde ihn nicht übernehmen. Vor Chaos. Probiere ich mal den umzukloppen. 48 Prozent. Hm. Komm zurück zum Tod. Oh. Du musst dir überhaupt nicht neben meinen stehen. Sehe ich überhaupt nicht ein. Korruption steigt weiter. Allerdings. Die öffentliche Ordnung wird aufrechterhalten. Was ist denn da los? Dass die öffentliche Ordnung immer noch so gut ist. Viel zu gut. Der hat hier sein Lager aufgeschlagen. Ich will die öffentliche Ordnung nicht kaputt machen. Aber der hat irgendwelche Gebäude hier. Die die öffentliche Ordnung aufrecht erhält. Muss dann nachher in der nächsten Runde ihn entsenden. Um das ein bisschen schlechter zu machen. Und hier. Guck mal. Macht die Belagerung einfach weiter. Kenn ich nix. Und ihn. So. Gucken wir jetzt mal kurz. 53 minus 2. Die Korruption ist halt gestiegen. Und deswegen wird er auch mal mehr abgezogen. Dadurch, dass die Korruption so hoch ist. Schon auf 48 Prozent ist die öffentliche Ordnung. Ändert sich dann pro Runde um minus 10. Sonst würde das nie so gut aussehen. Gucken wir. Wenn ich ihn jetzt noch ein bisschen hier entsende. Ja. Geht's auch noch stärker. Dann geht's. Gibt's noch durch den Charakter nochmal minus 7. Und dann gibt's schon in 6 Runden eine Rebellion in dem Gebiet. Sehr, sehr schön. Und die Korruption ist auch gut am steigen. Man sieht auch, wie die Korruption ansteigt. Dadurch, dass das halt hier so grau wird. Hier hinten sieht das. Wir sind hier eh im nördlichen Gebiet unterwegs. Wenn man auf die Weltkarte schaut. Da sieht alles ein bisschen rauer aus. Aber. Hier man sieht auch, wie das Land korrumpiert wird. So grau wird. Und dann die Pflanzen kaputt gehen. Und so weiter. So. Okay. Dann ist uns aber eigentlich nicht mehr viel zu tun. Und. Lass dann nächste Runde ablaufen. Ganz kurz. Da kommt schon wieder ein Neuer. Die schicken immer irgendwelche neuen Helden, die mich nerven. Eine neue Mission bekommen. Schätze für die dunklen Götter. Gesamte Gunst plus 800. Zavastra soll ich plündern. Ja, da hinten. Da komm ich jetzt so schnell nicht hin. Ich hab ja vielleicht was zu tun. Wir haben irgendwelche witzigen Missionen für mich. Aber. Ich muss mich da mal ein bisschen drum kümmern. Hier um sowas. Hier rennen die Scaliger rum. Mit ner zweiten Armee. Die sind auch echt stark. Gucken, ob es mit denen nochmal Ärger geht. Hier wird weiter die öffentliche Ordnung gestört. Hier haben sie ihren komischen Helden wieder entschickt. Ein Sand. Den steppern schon wieder. Er hat es erst gemäuchelt. Bist du ein Gott? 16% Chance, dass ich ihn ganz kille. Gescheitert. Ach Mann. Ich will einfach loswerden. Und es nervt mich, dass da so ein feindlicher Agent rumläuft. Das muss doch alles nicht sein. Und jetzt dauert es wieder länger mit der öffentlichen Ordnung. Noch ein Versuch. Mit dem Fregnus Magich. Was soll das denn? Der nervt. Ist wenigstens aufgestiegen, der Fregnus. Können wir ihn nochmal ein bisschen besser machen. Das ist alles blöde. Die Sachen bringen ihm gar nichts gerade. Feindliche Belagerungszeit ist auch gar nicht so schlecht. Das ist aber nur eine Begleitarmee. Das heißt, er muss in der Armee sein. Standhaft wäre eigentlich mal ganz cool. Armee demoralisieren. Er ist weiterhin entsendet. Er ist weiterhin entsendet. Und gerade wie der Verschleiß aussieht. Jetzt kommt er noch hier rüber. Bisschen spät. Stefan. Und ich gehe doch auf die Armee. So, ihr verteidigt gegen Kislev. Jetzt verteidigen sie sich. Und die haben bis zur letzten Runde gewartet. Bis zur letzten Sekunde haben sie noch gewartet. Haben von ihren Armeen kaum noch was übrig durch den Verschleiß. Und ihr habt ja ein paar Mal gesagt, dass ich solche Kämpfe gegen drei Leute nicht unbedingt selber schlagen muss. Und habt ihr auch recht, es ist nicht spannend zum Zugucken. Dann haben das Würfelich einfach aus. Weil diesen hinüber entscheidender Sieg. Das war easy. Zwei verloren. Fünf Leute gefangen genommen. Erfahrungspunkte erhalten. Na, noch nicht Level 11. Kann ruhig mal ein bisschen aufsteigen, der Archon. Und dann kann ich überlegen, was ich mit Fort Ostrosk mache. Wir können ruhig die Provinzstabilität, die Provinzstabilität ist aber ziemlich wurscht. Weil, äh, eh hinüber. Aber ich kann die ausrauben und mehr Geld. Das ist nicht verkehrt. Dann ziehe ich mich hier zurück. Und dann können die Skelliger und die anderen sich da prügeln. Die Rebellenarmee, die aber noch abhängt, sollen sie machen, was sie wollen. Und ich habe einen Banner erhalten. Eine Klingenstandarte. Rüstungsdurchdringender Schaden plus 10 für die zugewiesene Einheit. Mein legendärer Kommandant 10% oder plus 10 für Rüstungsdurchdringender Schaden. Und Forschungsrate fraktionsweit. Neue Anhänger. Forschungsrate 10%, das ist ordentlich. Kann ich es mal ganz kurz angucken. Ähm, jetzt habe ich auch langsam so viele Anhänger und Zeug, dass ich, ähm, mal Leute austauschen muss. Dunkelseele, Hordenmaximum plus 2 ist super. Sammler, mehr Einkommen ist auch super. Besessener Forschungsrate, das ist gut. Rettungszauber 25%, das ist gut. Klingenstandarte, das ist auch nicht schlecht. Best den Zehmer, best den Recruiten habe ich ziemlich selten. Dann nehme ich lieber noch einen Fanatiker mit, der die Chaoskorruption erhöht. Achso, der ist beim Fregnus Madik dabei. Ja, dann lasse ich das lieber. Der Fregnus Madik macht das eigentlich ganz gut. Wir können ja mal ganz kurz... Da habe ich gar nicht an gedacht, dass die zugewiesen sind. Beim... Was hat denn der... Fregnus... Hat einen Fanatiker. Hat der... Hat der Kaser Mordkin auch einen Fanatiker? Der braucht den gar nicht unbedingt. Dann kriegt der Fregnus Madik lieber die zwei Besessenen. Kann ihn jetzt mal entsenden. Jetzt... Im Moment sind die ja beide entsendet. Was heißt, dass die beide... ihre Fanatiker zum Einsatz bringen. Später... Will ich allerdings ja... Der Plan ist ja mittelfristig. Den Dekaser Mordkin... Eine Armee anzuschließen. Um von seinem Zaun zu profitieren. Dann würde ich den Fanatiker dann eher... Dem Fregnus Madik angedeihen lassen. Hier gibt es in vier Runden eine Rebellion. Dann bringt mir die auch endlich mal was. Ich habe das hier nicht abgerissen. Das Fort. Aber da gibt es eh noch genug Stress. Im Moment... Gehört das immer noch Kislev. Aber mit den Skelliger daneben und der Rebellenarmee wird das nicht mehr lange Kislev gönnen. Was mir am liebsten wäre, ist, wenn Kislev hier mit der Armee hier oben... Mit dem Dimitri Svearyov... Versuchen wir die Stadt zu retten. Das wäre mir in der Tat sehr lieb. So. Prag... Und Volksgrad... Möchte ich eigentlich gar nicht angreifen. Den östlichen Oblast. Sondern ich möchte eigentlich eher hier... In den südlichen Oblast. Weil hier gibt es ja auch bald wieder Stress mit der Rebellenarmee. Das sollen die schön unter sich ausmachen. Die sind natürlich relativ stark ausgebaut. Ich würde ganz gerne die Armee umgehen. Ich gehe mal hier unten lang. Hoffentlich zieht er gegen die ins Feld. Was ich aber noch machen kann, ist... Dass ich in den... Lageraufschlagen-Modus gehe. Also mir 25%. Ich muss hier um den Berg rum. Auf der Straße lang. So, dass ich mir 25% aufbewahre. In Lager aufschlage. Die Leute erholen sich ein bisschen. Und ich kann was bauen. Darum geht es mir hauptsächlich. Kriegshelderzerstörung. Zack. Das kostet mich ordentlich Geld. Ich könnte nochmal in den Gebäudebrowser gucken. Aber... Der Unterhalt wird gesenkt. Um 2% immerhin. Das Hordenwachstum wird nochmal... Erhöht. Mehr Korruption. Und die Rekrutierungskapazität wird auch erhöht. Das klingt alles ziemlich super. Das machen wir alles. Und dann bin ich auch mit dieser Runde eigentlich ganz zufrieden. Ach, der Archion hat noch sogar ein Level. So, dann gucken wir mal. Mit dem habe ich jetzt länger nichts gemacht. Was kann er denn eigentlich hier? Wundheilzeit minus 1. Den Marschierer habe ich gemacht für die 10%. Plündere. Rekrutierungskosten. Hordenwachstum wird erhöht. Das wäre auch nicht schlecht. Recht, Zerstörung. Was gäbe es denn noch für Gebäude, die ich gerne bauen möchte? Gucken wir nochmal in den Gebäudebrowser rein. Und das kostet halt immer ziemlich viel. Kriegsschreiendes Chaos. Generiert das Einkommen. Mehr Einkommen wäre in der Tat auch mal nicht verkehrt. Und die Chaosritter werden billiger. Oder ich kann jetzt nicht überhaupt Chaosritter rekrutieren und sie werden billiger. Was kann ich sonst noch machen? Chaos-Trolllager. Chaos-Trolle rekrutieren. Dann Arcana Malmström. Kann ich Helden rekrutieren. Verstoßene werden billiger. Und eine Menge Sachen passieren. Und Chaosbrut. Drachen-Oger rekrutieren. Lager der Riesen. Da werden alle billiger. Und Chaos-Streitwagen. Todbringer. Da merkt man natürlich, dass ich kein Experte bin in Warhammer und also auch nicht einschätzen kann, was davon, wie gut oder wie wichtig ist oder welche Einheiten jetzt besonders geilo sind. Muss ich mich halt irgendwann entscheiden. Grube der Prüfung. Ja, ach, das Hordenwachstum reicht. Da will ich jetzt nicht mehr investieren. Belagerungszahl ist auch mal ganz nett. Hier kriegen Sie schon mal 10% Verschleiß beim Belagern. Heißt das ab der ersten Runde. Oder heißt das eh erst, wenn der Verschleiß eintritt. Dann hätten wir noch die herrschende Präsenz. Dann ist die Führerschaft noch mal besser. Angriffsbonus Streitwagen. Chaos Barbaren. Kavallerie allgemein sammeln. Gucken, was hier alles noch so gibt. Aura, gröses Charakter. Nahkampf, Angriff und Auserkonung. Das sind alles so für einzelne Charaktere. Das macht ziemlich viel. Nahkampf, Anführerschaft, Nahkampf, Angriff. Das klingt alles ziemlich super. Auge der Götter. Waffenstärke plus 7%. Dauerbeständig. Das ist aber nur auf sich selbst. Geschwindigkeit und Beschleunigung. Ich muss auch ein bisschen gucken, was das jeweils vielleicht eventuell an Mana kostet sozusagen. Und dann eventuell ein paar Sachen skillen, die nichts kosten. Oh, hier habe ich noch oben was. Schwerte des Chaos kann ich noch skillen. Das kenne ich aber auch schon. Königsmörder bin ich ja dabei. Angriffsbonus plus 2% für Chaos Ritter. Hier greift er selber mehr an. Chaos Ritter. Man müsste halt irgendwie dann eine Einheit sich mal aussuchen und die dann buffen. Ich weiß halt noch nicht, welche ich wirklich gerne buffen möchte. Welche Einheit. Hier habe ich den brennenden Schädel gelernt. Mit ihm habe ich noch gar nicht so viel gelernt. Feuerball. Hätte ich nicht schon mit ihm viel mehr geskillt? Irgendwas stimmt doch hier nicht mit dem Archion. Der ist ja alles schon gelernt gehabt. Wo sind denn seine Skillpunkte hin? Der ist doch schon Level 10. Da stimmt doch irgendwas nicht. Ich habe hier 2, 3, 4, 5, 6. Irgendwo fehlen hier Skillpunkte. Oder ich dachte, ich hätte ihn schon viel mehr. Ich habe ihn doch hier. Der hat das alles schon gelernt. Der konnte auch schon den Feuerschirm. Der konnte auch schon das flammende Schwert. Der konnte auch schon Feuer und Flamme. Oder? Und ihr wisst das doch noch. Gibt es doch alle schon geskillt gehabt? Mit dem Archion. Der konnte auch alle schon. Sogar ausweichen hatte ich schon gelernt. Und zwar nicht nur mit dem anderen. Nee. Das verwirrt mich jetzt ein bisschen, warum das hier alles weg ist. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6 Skillpunkte sehe ich hier. Die ich vergeben habe. Und ich bin ja auf Level 11. Genau. Man sieht es auch. 3 habe ich in Charakterfähigkeit investiert. Und 3 in Kampagnenfähigkeiten. Und habe einen Punkt zum Ausgeben. Das heißt, ich empfehlen Skillpunkte. The fuck? Irgendwas stimmt hier nicht. 10% Chaosritter. Ich mache jetzt auch was mit Chaosrittern. Ich finde das irgendwie gut. Aber das ärgert mich jetzt tatsächlich schon ein bisschen. Ob ich hier noch irgendwie Chaosritter verbessern kann. Irgendwas ist da kaputt gegangen. Streitwagen will ich nicht. Chaosverband, Chaoskrieger. Chaosritter. Auragröße. Auserkoren. Monströse Bestien. Ich habe anscheinend auch keine Idee, was da los ist. Aber das müsste ich in alte Folgen nochmal nachgucken. Ich hätte auf jeden Fall mehr gehabt. Das macht mich jetzt ganz fertig, dass der irgendwie seine Skillpunkte verloren hat. Aus unbekannten Gründen. Das ist doch scheiße. Hier macht er irgendwelche Aktionen. Und Kislev macht hier gar nichts. Die Rebellenarmee, die Skelliger trauen sich auch nicht gegen... Jetzt wird die Stadt erneut belagert oder was? Wie es aussieht. Jetzt wird sie von den anderen belagert. Da geht es echt nur den Bach runter. Und hier gibt es auch in drei Runden eine Rebellion. Ich soll mal neu laden. Jetzt muss ich den normalen Modus umschalten. So, ich will eigentlich nur bei denen vorbei. Ich will hier in den Norden eigentlich. Und jetzt will ich hier wieder ein bisschen was bauen. Wie viel Wachstumsüberschuss haben wir? Fünf. Mit fünf kann ich mir gar nichts bauen. Doch, ich könnte mir hier die Upgrades bauen. Sehr witzig. Aber nicht das erste Gebäude. Wann bin ich denn bei sechs? In der nächsten Runde. Zehn pro Runde. In der nächsten Runde bin ich dann... Also so weiter kann ich mit sechs was bauen. Können sich Arcana Maulstrom anfangen. Mit dem ich dann halt... Schon so ganz gern hier Chaos Ritter. Chaos Ritter würde ich eigentlich ganz gern machen. Ja genau. Mikro sagt gerade nachgeguckt. Ich hatte in den Flammenzaubern mindestens einen Punkt schon jeweils. Ich werde vielleicht einmal gleich... ...neu laden in der Pause. Irgendwas ist hier echt komisch. So. Hier gibt es bald eine... ...neu Stress. Ist der Stepan schon wieder hier? Nee, ist irgendein anderer. Sauber. Der Decaso kriegt hier nochmal... ...den zweiten Fanatiker. Bestienzehmer. Bestienzehmer. Besessene. Warum kann ich mich nicht in anderen Fanatiker eigentlich geben? Keiner weiß es. Ich habe noch einen Bestienzehmer übrig anscheinend. Die sind alle zugewiesen. Na dann. Passt das schon so? Nee. Dann passt das. Passt. Das passt. Das passt. Das passt. Schon länger keine Schlacht mehr gehabt. Aber mein Gott. Wenn es halt nicht dazu kommt... ...ist es halt so. Die prügeln sich hier weiter. Gebellen mit sonst wem. Aber noch Verschleiß und irgendwelchen Sachen. Kieslev baut sich hier in der Armee auf. Soll er doch machen. Und ähm... Ich mache hier mal eine Pause. Ich speichere mal das Spiel und lade das mal neu. Und gucke mal, ob das dann... ...besser wird. Und wir sehen uns nach einer Pause wieder. Und hoffentlich sind dann die Skillpunkte wieder da. Aber ich glaube nicht. Habe ich vorhin gerade gesagt, dass ich noch keine Bugs bemerkt. Und wenn sich keine spieltechnische Erklärung findet dafür, warum das so ist, gehe ich von einem Bug aus. Irgendwas ist da seltsam. Also kurze Pause und dann hoffentlich ist alles wieder okay. Schauen wir mal. Bis dann. Okay.